Daedalic, das Hamburger Studio unter dem legendären Deponia oder Harveys neuen Augen, hat seine Entwicklerstudios geschlossen oder besser gesagt schließen müssen. Der Grund dafür? Der katastrophale Release vom Videospiel Gollum. Ja, ihr habt das alle bestimmt mitgekriegt. Nicht nur die Wertungen, sondern auch die Memes und all das, was mit diesem Spiel einherging. Gollum war nicht nur qualitativ ein absoluter Flop, sondern dann auch wirtschaftlich eine absolute Vollkatastrophe. Daedalic hat mitgeteilt, dass von 90 Mitarbeitern 25 ihren Job verlieren werden. Aktuelle Entwicklungen werden eingestellt, darunter übrigens auch ein Nachfolger von Gollum. Also die dachten schon, dass das Ding irgendwie funktioniert und erfolgreich sein wird. Jo, naja, wie ihr wisst, war nicht der Fall. So ganz überraschend kommt das Ganze allerdings auch nicht wirklich. In den letzten Monaten gab es immer wieder Vorwürfe über schlechte Arbeitsbedingungen, Zeitdruck und Planungsfehler der Unternehmensführung. Auf der Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu gibt es viele negative Bewertungen bezüglich der Zeit, der Bezahlung, den vielen Überstunden und generell der Kommunikation. Daedalic wurde 2007 gegründet und hatte ein Jahr später ihren ersten kleinen Überraschungshit vor allem hier in Deutschland. Natürlich, Edna bricht aus. Viele von euch erinnern sich daran und haben es entweder selber gespielt oder vor allem bei Gronkh geschaut. Das Unternehmen wurde gegründet von Carsten Fichtelmann, der zuvor sechs Jahre beim Hamburger Publisher DTP Entertainment als Marketing Director und Leiter des Produktmanagements gearbeitet hatte. Der Name von Daedalic leitet sich übrigens vom griechischen Erfinder und Künstler Daedalus ab. Schwerpunkt von Daedalic sollten vor allem Spiele sein, die einen starken narrativen Charakter haben. Das hat man auch ehrlicherweise krass gemerkt bei ihren Spielen. Der größte Hit von Daedalic war, wisst ihr alle, Deponia. Und warum habt ihr Deponia geliebt? Naja, auch wegen den Rätseln, auch wegen dem Hardstyle, aber vor allem wegen den Charakteren. Nach Deponia wollte Daedalic aber einfach mehr. Sie wollten große Projekte stemmen und haben sich so zum Beispiel dann an Gollum versucht. Man hat sich die Lizenz geholt und die Entwicklung dann, ich sag's mal so, ein wenig naiv vielleicht auch gestartet. Das sind zumindest die Erzählungen, die man hier und da liest. Ein viel zu kleines Team sollte ein viel zu großes Projekt realisieren, welches auch einfach vielleicht, ohne da jetzt zu böse klingen zu wollen, für das eigentliche Team einfach überambitioniert war. Soll bedeuten, man hat vielleicht einfach zu viel erwarteten Punkte, Grafik, Storytelling, Gameplay und so weiter und so fort. Daedalic hat hervorragende Spiele gemacht, wie eben Deponia und Co, hatte aber noch nie ein solches, ja sagen wir jetzt mal, Triple-A-Projekt realisieren können und war dafür vielleicht auch gar nicht bereit. Daedalic wird sich ab sofort nur noch als Publisher versuchen. Da haben sie auch ganz gute Erfahrungen, zum Beispiel mit dem 2016 erschienen Shadow Tactics. Ob aber Daedalic sich als purer Publisher halten kann, ich mag das ein wenig zu bezweifeln. Der Grund ist nicht, dass die das nicht könnten oder dass es hier unter Interesse geben könnte, vor allem von einigen Indie-Spielen. Die Problematik ist, dass diese Publisher-Landschaft mittlerweile eigentlich, ich sag mal so, schon sehr gut aufgeteilt ist. Wir haben natürlich die großen Publisher, allerdings haben wir auch mittlerweile Publisher, die sich explizit auf Indie-Games fokussiert haben, zum Beispiel natürlich Devolver Digital. Ob hier also noch wirklich ein Platz ist für einen deutschen Indie-Publisher, ähhh, ich weiß nicht so wirklich, also ich glaub ehrlicherweise nicht dran. Unabhängig davon, wie Gollum eigentlich wirklich qualitativ und dann noch wirtschaftlich gefloppt ist und wir darüber auch gleich nochmal sprechen müssen, wie fair das eigentlich dann jetzt wirklich war, diese Hate- und Meme-Welle. Wenn man sich mal die Umsatzzahlen von Daedalic anschaut, sieht man, dass dieses Unternehmen wirklich gigantisch große Hoffnung hatte in Gollum. 2019 gab es zum Beispiel ein gigantisches Minus, was damit zu erklären ist, dass man sehr viel Geld in die Entwicklung gepumpt hat und wenn man sich so ein bisschen die Gewinnentwicklung des Unternehmens auch anschaut, dann merkt man, dass sie da auch so ziemlich alles reingepumpt haben. Das sieht man auch an den Umsatzzahlen. 2022 betrug der Umsatz von Daedalic nur noch 3 Millionen. Das ist wohl auch so geplant gewesen, weil wie gesagt Gollum sollte ja dann alles rausholen, aber wenn genau dieses Spiel dann sich überhaupt nicht verkauft, dann tja, ist man halt all-in gegangen und wenn man all-in geht, kann man eben auch alles verlieren. Das ist die Idee von all-in. Wir können jetzt auch ewig darüber diskutieren bzw. mutmaßen, wann Daedalic einfach die Kontrolle verloren hat. Ich gehe sogar fest davon aus, dass man dachte, dass Gollum noch ein Erfolg werden könnte, schließlich hat man ja Nachfolger geplant. Da muss aber irgendwas in der Unternehmensführung bzw. in der Qualitätskontrolle unglaublich schief gelaufen sein. Weil, dass dieses Spiel nicht so gut sein wird, wie man es vielleicht gehofft hat, das hätte schon vor vielen Monaten klar sein müssen, denn mal unabhängig davon, wie schlecht das Ding wirklich ist, dass es kein richtig gutes Spiel ist, das hätte man auch irgendwie erkennen können. Dann wiederum ist die gute alte Frage, ob Daedalic hier einfach betriebsblind geworden ist und sich selbst einfach abgefeiert hat für ein Produkt, welches gar nicht so gut ist, wie man es dann selbst eigentlich erwartet hätte. Das ist auch ein relativ bekanntes Phänomen, was nicht nur Entwickler betrifft, sondern über die komplette Wirtschaft hinaus. Dass man irgendwas produziert, man denkt, das ist der geilste Scheiß, jeder irgendwie sagt das auch noch, keiner traut sich mal die Wahrheit zu sagen, es bildet sich so ein Yay, wir haben was geiles gebaut und naja, im Endeffekt ist es Müll. Das ist nun relativ oft passiert in der Geschichte und hier ist es wieder der Fall. Nun muss ich euch sagen, ich habe Gollum nicht groß gespielt, ich habe mal kurz reingeschaut, gemerkt, dass ich dieses Spiel nicht spielen möchte und mich dann einfach wie höchstwahrscheinlich die meisten von euch auch amüsiert über die Memes, über den Grafikvergleich, Trailer gegen Ingame und ein bisschen lustig fand ich auch, was da passiert ist. Allerdings muss man vielleicht auch ganz ehrlich sagen, diese nicht mehr Meme, sondern pure Hatewelle, die das Spiel bekommen hat, hat irgendwann ein Ausmaß erreicht, was einfach dann zu viel des Guten war. Ja, Gollum ist kein gutes Spiel, das können wir wohl auch einfach so faktisch festhalten. Aber ob es das schlechteste Spiel aller Zeiten ist und diese Wertungen teilweise verdient hat, das glaube ich einfach nicht. Allerdings ist es halt mittlerweile so, dass wenn ein Spiel komplett reinscheißt, die Community, beziehungsweise generell die Gamerschaft sehr gerne mit dem Treuen anfängt und dann hat das so eine Eigendynamik, so eine Spirale, die dann auch nicht mehr aufzuhalten ist. Das heißt also, Gollum hatte eigentlich gar keine Chance mehr, irgendwie mit Patches oder irgendwie generell was zu retten. Gut, wie gesagt, das Spiel ist auch nicht sonderlich gut, aber es ist auch einfach zu viel des Guten gewesen. Und ehrlicherweise finde ich das sehr schade. Ja, wir haben in einem früheren Video schon gesagt, dass es leider so ein bisschen typisch deutsch ist, dass die Spiele verbuggt auf den Markt kommen, da bezogen wir uns auf Park Beyond, dass sie allerdings so schlecht sind, das ist eigentlich überhaupt nicht typisch deutsch-deutsch. Erinnert euch mal an die großen deutschen Spiele von zum Beispiel Jäger oder auch von Crytek damals? Ja, ich weiß, so viel große deutsche Studios haben wir nicht, aber die Anno-Serie gehört immer noch zu den besten Spielen, die aus Deutschland kommen und auch international Top-Wertungen bekommen. Bedeutet also nicht, dass irgendwie Deutschland das nicht könne, sondern dass wir einfach, naja, vielleicht auch Geldprobleme haben diesbezüglich. Denn um Geld zusammen zu bekommen für eine große Entwicklung, benötigt man halt nicht nur auf Förderungen, sondern eben auch Investitionen von großen Publishern. Um die allerdings zu überzeugen, muss man natürlich auch erstmal gute Spiele abgeliefert haben. Und das ist dann so ein bisschen der Kreislauf, der gerade nicht mehr so gut funktioniert, um es mal sowas zu drücken. Der Wegfall von Nadelic als Entwicklerstudio in Deutschland ist einfach nochmal ein Tiefschlag für das komplette Land als Entwicklerland. Und das ist auch deswegen schade, weil, ey, also wir haben mehr als nur ein paar großartige Spieleentwickler, Designer und Co. Aber die gehen halt größtenteils ins Ausland und arbeiten dann bei den großen Publishern an den großen Spielen. Wenn wir nur mal 10, 15 Jahre zurückdenken, dann gab es wirklich unglaublich viele große deutsche Studios mit sehr, sehr guten Spielen. Wir haben Crytek. Wir haben Jaeger. Wir haben damals Factor 5 gehabt. Das ist wirklich, also vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an das großartige Star Wars Game für die Nintendo GameCube. Das Problem war einfach, all die gerade genannten Unternehmen und noch viele weitere haben irgendwann mal Entscheidungen getroffen, die alles kaputt gemacht haben. Factor 5 zum Beispiel, die haben irgendwann... ...lehr gemacht auf der Playstation 3. Tja. Und dann war's das. Crytek hat so viele Fehler begangen, dass wir das gar nicht mehr zusammenfassen können. Aber Fakt ist halt, nach und nach ist jeder Entwickler-Standort ehrlicherweise gestorben. Vielleicht ist der große Fehler auch gar nicht bei den Entwicklern selbst zu suchen und dass ihnen irgendwann das Geld ausging, sondern dass wir ehrlicherweise gar keinen großen deutschen Publisher mehr haben, der auch einfach mal an die Entwickler-Studios glaubt und sie durch eine, ich sag mal so, schwere Zeit monetär begleiten kann. Denn hey, welchen großen deutschen Publisher haben wir denn noch? Koch? Gibt's eigentlich so gar nicht mehr. Also... Da bleibt nicht viel. Da bleibt gar nichts, ehrlicherweise. Und nein, das ein oder andere Wirtschaftsmagazin hat auch geschrieben, dass vielleicht der deutsche Standort einfach zu teuer sei. Das glaube ich allerdings nicht. Denn zumindest auf die Personalkosten bezogen sind Länder wie zum Beispiel Kanada auch nicht irgendwie billiger, sondern deutlich teurer. Und da funktioniert das ja. Gut, da hat man eben auch schon eine Videospielindustrie seit vielen Jahrzehnten, die solvent ist und auch qualitativ gut funktioniert. Ja, ich weiß nicht. Jeder ist zufrieden mit den Spielen von BioWare, aber sie sind halt erfolgreich. Oder all die Notizen mal kurz zusammengefasst. Es ist ehrlicherweise einfach schade, um das Entwicklerstudio Daedalic, was so große Spiele entwickelt hat, so viel Freude bereitet hat. Und vielleicht hätte man doch einfach sagen müssen, ey, eure Idee war, Spiele zu erstellen mit einem Charakter, der einfach stark ist, der ausdrucksstark ist, mit einer tollen Geschichte. Und vielleicht hätte die einfach dabei bleiben sollen. Vielleicht hätte die einfach an Spiele wie die Ponyer weiter anknüpfen sollen. Ja, ich weiß. Ihr wolltet die großen Spiele jetzt releasen. Ihr wolltet auf der großen quasi Bühne mitspielen mit einem Action-Adventure wie Gollum. Aber vielleicht war das einfach, also nicht nur vielleicht, das war wohl einfach eine Scheißidee. Und vielleicht hätte man sich einfach auf das fokussieren sollen, was man besser konnte als der Rest, anstatt das zu machen, was man eben einfach nicht konnte. Ob Daedalic jetzt diese Phase als Publisher überlebt oder nicht, wir werden es sehen. Ich persönlich vermute allerdings, wie bereits erwähnt, dass eigentlich für einen Publisher Daedalic gar kein Platz mehr ist.